Im Dialog Inhalt der Bauelemente im Register Hilfetext können Sie für das Links in der Eigenschaftsliste ausgewählte Eigenschaftselement den entsprechenden Hilfetext hinterlegen. Beachten Sie bitte, dass die Hilfetexte wichtig sind, da die Sonderausstattung den Anspruch hat, sich aus sich selber heraus zu erklären. Das heißt also, diese Texte sind nicht für den Kalkulator gedacht, sondern für den Planer oder Verkäufer, der ein Haus kalkuliert und haben den Anspruch, dass er diese Texte, die in der Sonderausstattung als Tooltip angeboten werden, lesen kann und versteht, was er hier einstellen muss. Beachten Sie bitte, dass das Vorhandensein der Hilfetexte links in der Eigenschaftsliste durch das X in der Spalte HT für Hilfetext angezeigt wird. Sie diesen Text beliebig schreiben können und Sie selber entscheiden können, ob dieser Text wie hier zu sehen umgebrochen ist oder ob er in die ganze Breite geht. Das dürfen Sie bitte für sich testen, was nach Ihren Erfahrungen besser lesbar ist. Das ist das, was nach Ihren Erfahrungen besser lesbar ist. Das kann ich parte, was nach Ihren era Polsce gross, aber erstaunlich, was nach Ihrer gesagt hat.